Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, es ist noch früh am Morgen und eigentlich stecke ich gerade mitten in der Entwicklung von einem anderen WoW Classic bezogenen Video. Aber es gab einfach große News in Bezug auf Blizzard, in Bezug auf die Entwicklerfirmen, die hinter World of Warcraft stehen. Und darüber möchte ich quasi heute richten. Der ehemalige Blizzard-CEO Mike Moinheim startet seine eigene Gaming-Firma namens Dreamhaven, eigene Entwicklerfirma, wie auch immer. Wie viele von euch wissen werden, ist Blizzard schon seit vielen Jahren mittlerweile ein Teil von Activision, einer größeren Corporate-Aktiengesellschaft, wie auch immer. Ein riesiges Unternehmen, wo sehr viele Spiele- und Entwicklerfirmen quasi eingegliedert wurden im Laufe der Zeit, die sehr viele Firmen aufgekauft haben. Und unter Activision hat, ja, World of Warcraft schon so ein bisschen gelitten, kann man sagen. Ich würde behaupten, die komplette Community hat das eigentlich in den letzten Jahren gespürt, dass eigentlich unter der Leitung von Activision die Spiele und auch die Updates, Patches und so weiter, die einfach in Bezug auf World of Warcraft gekommen sind. Die haben so ein bisschen an der Qualität runtergelitten. Der Fokus ging immer mehr auf, wir wollen Geld verdienen und nicht, wir wollen den Leuten gute Inhalte bieten. Und der gute Mike Morhaime, der stand immer so ein bisschen auch für die qualitativ guten Sachen, die Blizzard gemacht hat. Und er hat eben die Firma 2018 als CEO verlassen. Und seitdem ist er so ein bisschen durch die Welt getravelt. Es gibt anscheinend so eine Klausel, dass er quasi nach dem Ausstieg bei Blizzard nicht direkt aus Eigenes starten darf. Und das sind anscheinend so zwei Jahre ungefähr. Und deswegen vermutet man, dass er quasi in diesen zwei Jahren erstmal so ein bisschen, ja, quasi überlegt hat, was er jetzt machen soll. Und jetzt nach den zwei Jahren ist er eben zu dem Schluss gekommen, eine neue Gaming-Firma zu gründen. Der gute Mike hat in einem Interview mit der Washington Post, und dieses Interview werde ich euch auch in der Videobeschreibung unten verlinken, weil er so ein bisschen darüber berichtet, wie es eigentlich in den letzten Jahren bei Blizzard so ablief. Und vor allem auch, ja, wie es mit der Firmengeschichte seit 1991 eigentlich ablief, weil dort wurde die Firma quasi von ihm mit zwei College-Kollegen gegründet. Und bereits 1994 haben sie dann die Firma schon verkauft, für ein paar Millionen. Da haben sie natürlich mega viel Geld für so eine kleine Firma, vermute ich. Aber das wusste ich auch nicht, die haben also im Grunde genommen seit 1994 schon nicht mehr die Kontrolle über ihre Firma. Das ist eigentlich auch krass, wenn man sich das überlegt, dass quasi das komplette Blizzard-Franchise und so weiter, alles, was dadurch quasi entstanden ist, mittlerweile eine Milliarden-Firma gar nicht den ursprünglichen Gründern gehört, sondern die haben einfach im Laufe der Jahre viele verschiedene quasi Corporate-Aktien-Gesellschaften-Firmen über sich gehabt, die quasi immer wieder neues Geld in die Firma reingepumpt haben. Und das sollte man einfach so ein bisschen wissen, denke ich mal, dass quasi nicht seit Activision quasi diese Ära beginnt, wo Blizzard von anderen Firmen quasi kontrolliert wird, sondern das hat eben schon deutlich früher begonnen. Übrigens, wenn ihr euch diesen Artikel von der Washington Post, dieses Interview mit Mike Mohalben nochmal durchlesen wollt, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Und es gibt da einen sehr, sehr interessanten Absatz, in dem er sagt, dass es einen Punkt bei Blizzard gab, wo man quasi von dieser Entrepreneur-Stage, Start-up-Stage, diesem Denken, dass man immer wieder quasi innovativ sein möchte, dass man das Spiel verbessern möchte, dass man quasi den Spielspaß erhöhen möchte, dass man davon weggerückt ist zu einer operativen Ansicht quasi. Dass man dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt die und die Einnahmen und wir möchten auf jeden Fall in diesem Jahr mehr oder mindestens genauso viel Einnahmen wie letztes Jahr machen. Also das, was eigentlich alle immer schon vermutet haben und das, was ja irgendwie auch leider logisch ist in so großen Firmen, wenn man nun mal sehr viel Erfolg hat, sehr viel Geld reinkommt, sehr viel Gewinn reinkommt, sehr viel Umsatz und so weiter, dann geht man halt irgendwann von diesem Gedanken weg beziehungsweise wird durch die Strukturen um einen herum, durch die Aktiengesellschaft, durch die Shareholder und, 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 wird man mehr oder weniger dazu gezwungen eigentlich, in Revenue zu denken, also in, wie kann ich mehr Geld reinbringen im nächsten Jahr. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, dass er gesagt hat, dass er jetzt irgendwie so gemerkt hat, hm, was will ich eigentlich mit meinem Leben noch machen? So, ja, was will ich eigentlich mit meinen 52 Jahren noch machen? Will ich jetzt wirklich Activision weiter dabei helfen, mehr Umsatz zu generieren oder will ich wirklich einfach neue, coole, innovative, spannende Spiele entwickeln und vielleicht auch in der Gaming-Industrie so ein Zeichen setzen, irgendwie, ey, wir können irgendwie so einen Standpunkt vertreten mit Dreamhaven, dass Games irgendwie auch Leute verbinden und einfach auch etwas Gutes in der Welt bewirken können. So hat er es quasi in einem Interview ungefähr formuliert. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an, also das fand ich sehr, sehr interessant und wenn ihr mit dieser Einstellung quasi in dieses neue Game-Studio reingeht, dann glaube ich, könnte das wirklich mit den ganzen Erfahrungen, mit den Leuten und auch jetzt mit dem, ja, mit dem Geld wahrscheinlich, was sie schon ein bisschen auch haben werden, könnte das wirklich sehr, sehr interessant werden. Ja, und der mittlerweile 52-jährige Mike Mohamed hat dann halt aber irgendwie 2018 gedacht, ey, es reicht irgendwie, ich möchte den Weg so nicht weiter gehen und hat jetzt quasi zusammen mit seiner Frau und einigen ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern, das ist vielleicht auch ganz spannend, da müssen wir auf Twitter gucken, da gibt es so eine Liste an Namen, die da quasi mit an Bord sind in der neuen Firma. Da sind sehr viele Leute dabei, die, ja, in der WoW-Szene, in der Blizzard-Szene, also quasi angesehene Leute sind einfach. Das heißt, das sind jetzt keine Leute, die irgendwie vom Blizzard gekündigt worden sind oder irgendwie solche Geschichten, sondern das sind wirklich Leute, die sich selber dazu entschieden haben, mit Mike Mohamed quasi eine neue Entwickler- und Gaming-Firma zu gründen. Und jetzt ist man einfach quasi in der kompletten Szene natürlich mega gespannt, welche Spiele diese Firma jetzt quasi, ja, entwickeln wird und auf welche Titel wir uns quasi in den nächsten Jahren freuen können. Also Dreamhaven ist quasi mehr oder weniger die, ja, das Entwicklerstudio und darunter untergegliedert sind da die beiden Studios Moonshot Games und Secret Door, die quasi beide zu Dreamhaven gehören, beide ein Teil sind. Und Moonshot Games soll sich anscheinend mehr auf Multiplayer und größere Konzepte konzentrieren und Secret Door soll so mehr an kleineren und geheimen Projekten arbeiten, keine Ahnung. Und das Interessante ist halt wirklich, dass in den Firmen sehr viele, ja, bekannte Gesichter drin sind, die einfach für qualitativ hochwertige Arbeit stehen. Und nun ist es so, dass quasi Activision anscheinend, also in Bezug auf Blizzard, sehr viele Mitarbeiter momentan verliert, weil die quasi zum Teil abwandern, zum Teil gehen die mit Mike Mohamed mit. Es soll aber auch andere Studios geben, die sich jetzt quasi gerade gründen und quasi, ja, Blizzard, Activision Blizzard verlassen. Also, ja, Leute, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit für World of Warcraft und für WoW Classic natürlich auch, weil die Frage wird natürlich sein, wenn die ganzen Leute da abwandern, wie wirkt sich das eventuell natürlich auch auf zukünftige Updates und so weiter in Bezug auf WoW aus, muss man mal gucken. Ich muss aber sagen, durchweg positive Nachrichten, finde ich, für die Community an sich, weil eigentlich wissen wir ja alle irgendwie, sind wir schon seit Jahren unzufrieden mit dem, was Blizzard unter der Herrschaft von Activision so produziert. Von daher, ja, jetzt kann man echt gespannt sein, auch welche neuen Titel diese neue Gaming-Firma quasi in Angriff nehmen wird. Wird vielleicht ein komplett neues MMO kommen oder werden die, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt so genau ist, ob die quasi überhaupt irgendwelche Rechte an der Warcraft-Reihe haben oder so. Wahrscheinlich nicht, oder? Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, aber ich vermute die kompletten IP-Rechte und so weiter an die ganzen Franchises, die schon beschehen, also Diablo, Warcraft, WoW, StarCraft, das wird wahrscheinlich weiter in der Hand von Activision Blizzard bleiben. Ich glaube nicht, dass sie da was Neues machen können. Aber ja, dadurch, dass sie quasi diese ganzen kreativen Köpfe, die quasi eben die gute Arbeit immer gemacht haben bei Blizzard, haben, können die natürlich jetzt komplett neue geile Spiele entwickeln. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Spiel ihr euch wünschen würdet, worauf ihr richtig Bock hättet. Und ich muss sagen, ich hätte richtig Bock auf ein richtig geiles neues MMO von denen. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern. Die haben natürlich jetzt nicht so viele Ressourcen wie Activision Blizzard. Aber ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommen wird, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich irgendwas vergessen habe, irgendwelche Anmerkungen, was ihr von diesen Nachrichten haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Defiler. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.